Musik Beim Tag der offenen Tür konnten sich über 400 Besucher einen Eindruck von Nussbaumedien St. Leon Road verschaffen. In der Druckwerkstatt, die von den Auszubildenden organisiert worden war, wurden die Besucher in die Geheimnisse des Druckens eingeweiht. Nebenan konnten sie die Vierfarbdruckmaschine in voller Aktion erleben. Um gleich im Anschluss einen Sonderdruck mit aktuellen Fotos vom Tag der offenen Tür zu erhalten.